Warum ist er so wichtig? Ich mache das, was ich kann. Ich habe die Verteidigung. Ich habe keine Prozesse. Meine eigenen Schenken müssen für unsere finalen Strikke auf Rannoch sein. Ich habe etwas Stattung. Es scheint, Alcoris hat sich in den Rang von einem Gathe-Jamming-Tower zu verabschieden. Sie müssen ihn zu verabschieden. Sie müssen ihn zu verabschieden. Zenn? Admiral Zenn? Das sollte sich interessant machen. Wir sehen uns in eine Minute. Wir fahren uns in die Stadt. Wir fangen an. Die Geth installiert die Anti-Aercraft-Gunse neben der Jammung-Tower. Wir müssen sie auf dem Fuß beabschieden. Als die Schenken weg ist, Sie aus der Tower. Genau, Commander. Ich stehe dich hier. Meine Leute sind in Exile für Jahrzehnte. Dass ich hier stehen, in der Lande meiner Ancestors... ... ... ... ... Garos. Sie sind so weit gekommen. Wir brauchen die Radios Alchores, wenn wir ihn finden. Wir kommen zu der Jamming Tower. Du bist okay? Ich bin okay. Schau dir mehr Minden. Keine Abkürzung. A.A. Guns ahead of us. That screen shake though. Ist das hier eine Frage? Natürlich, Tali. Tali, du gehst die Schäden. Kein Problem. Uuuuh. Das ist eine Spitfire, mit der man noch laufen kann. Der Schaden ist überhaupt ein Scheiß, ne? Das ist ja das, wie er verlangt. In der daughter. Die Schaden. Das ist so gut. Wenn ich, da hast du schon, was wir an. Ich hab unter. Du gehst. Ja. Ja. Du gehst nicht. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst. Du gehst. The AA gun is offline. Good. Now let's shut down the two by the tower. You... you heard my message. Sent out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn hatched. I... I clean engine parts. Don't move. We've got Metagel. I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower and you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Gorus can get us out alive. And my son... Tell him... Tell... Jonah... That his father... Made it... To the whole world. We will... Rest well, Dornhast Vassrenok. Let's get to that tower. Er wird es auch auf die Heimatwelt schaffen. Dafür werde ich sorgen. Woaah... Wooaaah Get turret! Let's look at the guns console. We should be able to disable it. Who do you want on this gun, Shepard? I want you on this tally. Right. Should hop in that turret, Shepard. Willst du es nicht vorher kalibrieren? Get inbound! Give me more time! Das zerfetzt sogar die Primes. Let's get the last one. Get by the door! Who should disable the gun, Shepard? I want you on this tally. Right. Almost done! I'll signal the shuttle. Dorn, es ist Zalcoris. Du bist da? Dorn? Das ist Commander Shepard. Dorn hat nicht gemacht, Admiral. Er hat nicht? Ich verstehe. Ich komme mit dem Schutten. Wo sind Sie? Meine Überzeugung haben sich gefunden, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, wenn wir die Kriege enden. Civilians? Unsere ganze Räste haben sich für diese Insanität genommen. Es ist zu früh für uns. Es ist nur zu früh, wenn Sie hier sterben sind. Sie können nicht, dass Sie diese Kriege stoppen können. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es ohne Ihre Hilfe kann. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. Wir kommen. Mann, Cortez, wie soll ich denn so schießen? Geht behind you. Get in cover. Clear. Go. Admiral, come on. Welcome aboard. Shepard? My crew. Perhaps there's still time. Hello? This is Ralkoris. Does anyone copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. Commander, unrest has spread further than I thought. You were right that I return. Have you talked the civilian captains into staying? Yes. They've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Khorians drove the Geth straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back? Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Fly safely. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Ripper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to creator forces. Then können we diesen Krieg beenden. It's time to cut the Geth off from the Reapers and put a stop to this madness. The surrounding area is heavily fortified. And they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zenn developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's saying to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches the precision strike at whatever target I have painted. That ought to do it. Edie, this work for you? Yes. It should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Commander, Admiral Anderson is available on the cover. Beforehand, the Puttrall fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again like last time. This is different, Ron. Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk, Admiral Garrel. Fine. I'll pull back the heavy fleet. And when we're taking fire from both sides, those deaths are on your heads. Thank you, Commander. It's difficult to keep him in line. I just figured you'd be more sympathetic to someone joining Cerberus. You've never been big on aliens. Yeah. I am listed to kick ass, just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our time, Commander, you've got new messages, Commander. Okay, dann. Weiter geht's. Die Mission wird jetzt sehr interessant. Aber ich glaube, ich sollte mal speichern. Die Mission wird jetzt sehr interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Mord bei der Waffe was bringt. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017